Anlässlich des Tags der Straßenkinder am 31. Jänner lud Jugend eine Welt Herrn Dr. Andreas Exenberger vom Verein Team Globo zu einem Vortrag nach Wien ein. Herr Dr. Exenberger ist Universitätsprofessor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Innsbruck und hat gemeinsam mit seinen Vereinskolleginnen und Kollegen ein ganz besonderes Gedankenexperiment in Buchform gewagt. Sie sind der Frage nachgegangen, wie die Welt als Dorf mit 100 Einwohnerinnen und Einwohnern aussehe. Im Jugend eine Weltbüro in Wien habe ich Dr. Exenberger zu einem kurzen Interview getroffen. Herr Dr. Exenberger, wie kam denn die Idee, die Welt zum Dorf zu machen und was ist die Intention hinter diesem Gedankenexperiment? Ja, der Hauptgrund war schon immer das, dass wir die Größenordnungen, die es über die reale Welt gibt, so an Zahlenangaben, Daten, Fakten, die für die wenigsten Menschen so richtig greifbar waren mit ihren Millionen, Milliarden, Billionen Angaben, dass wir die greifbarer machen wollten. Und am besten so, dass man tatsächlich die ganze Welt darstellen kann. Und wir wurden dann noch einmal bestärkt darin, das zu tun, weil es eine Zeit gab, wo sehr viele so kleine Informationen kursiert sind. Was wäre denn, wenn die Welt ein Dorf mit 100 Menschen wäre und so? Und da waren dann immer so eine kleine Liste mit Angaben, was das dann für ein Dorf wäre. Und wir haben uns des Öfteren gewundert, wie seltsam die Zahlenangaben da nach unserem Wissen zumindest waren. Also wir haben einiges davon für falsch gehalten und haben uns dann gesagt, ja, das kann so nicht weitergehen, wir müssen da was machen. Wir korrigieren einerseits diese ganzen Zahlen und stellen auch gleichzeitig ein wirklich konsistentes Bild der gesamten Welt vor. Das heißt, wir versuchen wirklich möglichst alle Lebensbereiche abzudecken. Und damit war irgendwie aus der Idee dann recht schnell ein konkretes Projekt. Die Idee hat man ja eigentlich zehn Jahre vorher schon mit sich rumgetragen. Und der Kollege Nussbaum hat vor allem sehr viel Daten schon gesammelt gehabt mit dem Hintergedanken, das vielleicht mal für sowas zu verwerten. Aber es braucht dann immer den Auslöser. Und den hatten wir dann. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, vor zehn Jahren erschien ein Buch, Unser kleines Dorf. Und jetzt, ungefähr zehn Jahre später, ziemlich genau zehn Jahre später, erscheint das nächste. Was hat sich denn in zehn Jahren getan? Ja, vor allem hatten sich die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen getan, die jetzt für das neue Buch ein ganz zentrales Organisationsprinzip sind. Also wir erzählen im neuen Buch die Realität in Globo im Zeitalter nachhaltiger Entwicklungsziele, die es seit 2015 ja gibt. Und deswegen nehmen wir jetzt auch 2015 als Referenzjahr. Ansonsten ist die Bevölkerung gewachsen zum Beispiel. Es ist vor allem aber auch der materielle Wohlstand gewachsen. Das Durchschnittseinkommen hat also deutlich zugenommen zum Beispiel. Bei der Verteilung hat sich da interessanterweise sehr viel weniger getan. Also es sind vor allem die an der Spitze der Verteilung reicher geworden. Und das hat sich vor allem am Boden der Verteilung sehr viel weniger stark abgespielt. Aber in Summe ist schon klar, wir sehen eigentlich in allen Bereichen tatsächlich Fortschritte. Wir sehen das im Bereich der Bildung, wir sehen das im Bereich der Gesundheit, im Bereich des Zugangs zu bestimmten Ressourcen. Überall gibt es im Durchschnitt zumindest ganz klar Verbesserungen, die allerdings nicht bei allen Menschen angekommen sind. Und die Zahl derer, die negativ betroffen sind, die sinkt deutlich langsamer als die Anteile. Also wenn bei unserem Buch dann die Zahlen sozusagen zurückgehen, dann heißt es ja immer, dass Anteile sinken und nicht unbedingt, dass auch die Zahl der betroffenen Menschen in der realen Welt weniger wird. Hat sich auch in Sachen Klimaschutz und Umwelt was verbessert? Oder ist das so ein Punkt, der sich als einziger verschlechtert hat? Naja, man muss diese Grundierung immer mitdenken. Also klar ist, dass dieses ganze Entwicklungsmodell auf Kosten des Planeten gegangen ist in der Vergangenheit und auch immer noch geht und dass das die große Baustelle ist, die man angehen muss. Weil alle positiven Entwicklungen, die vielleicht da sein mögen, immer davon abhängen, dass die Umwelt einigermaßen intakt bleibt, was sie aber mittelfristig nicht mehr wird. Und wenn sich das dann gegenseitig negativ beeinflusst, dann hat man ein immer größer werdendes Problem, dass man lokal ja durchaus auch schon sehr deutlichen negativen Auswirkungen sieht. Also nein, da ist leider klar, dass zwar man da auch den Unterschied machen muss, dass in den entwickelteren Ländern es durchaus positive Entwicklungen in Richtung zumindest mehr Energieeffizienz gibt und ein bisschen ressourcenschonenderen Produktion, aber dafür es Aufholprozesse gibt, die auch vollkommen legitim sind, weil es einfach nicht angeht, dass man Menschen sagt, ja ihr dürft euch jetzt nicht entwickeln auf die Weise, die für euch möglich ist, weil das könnte das Klima zerstören, während wir uns längst entwickelt haben. Also es gibt verschiedene negative Tendenzen, die sich auch noch weiter verstärken und wo halt klar ist, man muss eigentlich an allen Ecken und Enden ansetzen und immer sehr stark auf die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gesellschaften auch achten, dass die, die mehr leisten können, auch mehr leisten müssen zur Bewältigung dieses Problems und nicht nur die, die unmittelbar mit dem Problem konfrontiert sind. Jugend eine Welt setzt sich ja besonders oder insbesondere für benachteiligte junge Menschen ein, für Kinder und Jugendliche. Wie viele Kinder und Jugendliche gibt es denn in Globo und wie geht es denen? Was ist denn da die Altersgrenze? Ich würde sagen, Kinder machen wir mal bis 15 und Erwachsene bis 18 oder Jugendliche bis 18, ab 18 dann erwachsen. Ja, dann haben wir wahrscheinlich 26 Kinder und vier, die so irgendwie in diesem Zwischenalter drin sind, also 30 unter 18 und 26 unter 15. So in der Größenordnung ist es. Übrigens auch eine Sache, die gesunken ist im Vergleich, also eine dieser Dinge, die, ich weiß nicht, ob man das positiv oder negativ sehen soll, also die Bevölkerungsdynamik verlangsamt sich, also das ist auch deutlich sichtbar bereits. Es gibt in Summe relativ gesehen weniger Kinder. Ja, aber 26 sind Kinder, 30 sind Kinder und Jugendliche und die haben eine sehr ähnlich unterschiedliche Welt vor sich wie die Erwachsenen mit sehr, sehr unterschiedlichen Chancen, wo es welche gibt, die von im Wesentlichen öffentlich finanzierten Schulsystemen bis zur Hochschulreife geführt werden und dann sich aussuchen können, was sie studieren wollen, bis zur solchen, die die Chance bekommen, in ein mit 100 Kindern gefülltes Klassenzimmer ohne irgendeine Ausstattung vier Jahre lang gehen zu können, in der Hoffnung, dass irgendwann auch einmal eine Lehrperson auftaucht. Also das sind die Unterschiede in der Qualität der Bildung, die natürlich immer noch riesengroß sind. Was würden Sie denn Leuten raten, die sagen oder ihr Buch lesen und sich denken, boah, da gibt es wirklich Ungleichheiten, das finde ich nicht in Ordnung, wie können die sich engagieren, die vielleicht vorher noch nicht drüber nachgedacht haben oder noch nicht so im Thema drin sind, was würden Sie denen denn raten? Das ist eigentlich ganz einfach, das weiß man normalerweise tatsächlich selbst am besten. Entweder zum Beispiel hat man Zeit übrig, dann soll man Zeit geben oder man hat Geld übrig, dann soll man Geld geben oder man kennt jemanden, dann soll man mit diesen Leuten reden über das Thema, Bewusstsein bilden. Man soll jedenfalls nicht allein bleiben, ganz wichtig, sondern soll sich zusammenschließen mit anderen, die ähnliche Interessen und Ziele haben und dann wird einem schon was einfallen, was man ganz konkret unmittelbar machen kann. Und wie gesagt, wenn das darin besteht, dass man eine Organisation, die weiß, was sie tut, mit Geld unterstützt, ist das ja auch schon gut. Wenn man aber kein Geld übrig hat, dann kann man ja auch schauen, ob man vielleicht irgendwo Zeit abzwackt oder zumindest mit wem reden kann. Jedenfalls das Einzige, was zählt, ist, dass man tatsächlich dann etwas tut und nicht vor der riesengroßen Fülle der Probleme, die es da zu bewältigen gibt, erstarrt, sondern man hat irgendwas, das man tun will und dann soll man das machen. Wenn man dafür nicht genug kann, dann soll man das lernen und wenn man sich irgendwie nicht recht überwinden kann, das zu tun, dann soll man über seinen inneren Schatten springen. Herr Dr. Exenberger, herzlichen Dank fürs Gespräch. In der nächsten lives, bis zum nächsten Mal. In der nächsten bubble, die wir hören, ein Tier ist von etwas geben wird, bis zum nächsten Mal. Sagt Del